Sie bluten, halten Sie den Kopf still. David, lauf ins Bad und hol ein Handtuch und eine Schüssel mit kaltem Wasser. Ich rufe den Notarzt. Ja, ihr Lieben, tatsächlich, wir nehmen hier gerade Villa Wahnsinn auf. 50 Jahre John Sinclair und allen John Sinclair Fans wünsche ich natürlich einen Riesenspaß bei dieser Jubiläumsfolge und natürlich auch ganz, ganz liebe Grüße an Jason Dark. 50 Jahre, wer hätte das gedacht? Ja, hier im Studio für euch eure Jane Collins alias Kathi Karrenbauer. Ganz viel Spaß und Tschüss!